Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Schütze erlebst du gerade eine Phase, in der sich dein Geist weitläufig und grenzenlos anfühlt und in der du verschiedene Aufgaben mit bemerkenswerter Beweglichkeit und Flexibilität jonglieren kannst. Diese Eigenschaften sind zwar in vielen Bereichen des Lebens von unschätzbarem Wert, aber in der Liebe und in der Partnerschaft sind sie vielleicht nicht so effektiv. Du könntest feststellen, dass du in deinen engsten Beziehungen Schwierigkeiten mit der Kommunikation hast, während es dir ironischerweise leichter fällt, mit Fremden in Kontakt zu treten. Diese Diskrepanz kann eine Quelle der Frustration sein, vor allem für jemanden, der von tiefen, bedeutungsvollen Interaktionen lebt. Als Schütze fühlst du dich oft besonders sinnlich, ein Gefühl, das durch die aktuelle Ausrichtung der Planeten noch verstärkt wird. Diese Zeit ermutigt dich, deinen Gefühlen zu vertrauen und eine Umgebung zu schaffen, die dein Wohlbefinden fördert. Konzentriere dich auf Lebensmittel, die deine Vitalität fördern, und respektiere das Bedürfnis deines Körpers nach körperlicher Aktivität und Ruhe. Wenn du dazu neigst, die Bedürfnisse anderer in den Vordergrund zu stellen, nutze diese Zeit, um deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. Vergiss nicht, Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sondern wichtig, um deine Großzügigkeit zu erhalten. Die Familie, insbesondere die Eltern, spielen in dieser Phase eine wichtige Rolle in deinem Leben. Die Weisheit deiner Eltern, ob sie nun physisch anwesend sind oder nicht, scheint dich zu leiten, besonders in beruflichen Angelegenheiten. Ihr Rat oder die Werte, die sie dir vermittelt haben, könnten unerwartet auftauchen und dir in entscheidenden Momenten wertvolle Einsichten vermitteln. Deine natürliche Neigung, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, muss heute vielleicht etwas gedämpft werden. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Zuschaustellung deiner Star-Qualitäten und dem versehentlichen Betreten einer peinlichen Zone, besonders in der Nähe deines Partners oder deines potenziellen Liebespartners. Ein Versprecher oder eine taktlose Bemerkung könnte zu peinlichen Situationen führen. Es wäre ratsam, diskret zu sein und zu überlegen, bevor du sprichst. In dieser Woche besteht die Möglichkeit eines unerwarteten Erfolgs, eines kleinen, aber bedeutenden Triumphs, der deinen Lebensweg tiefgreifend beeinflussen könnte. Diese Glücksmomente, auch wenn sie unbedeutend erscheinen mögen, sind oft die Katalysatoren für grundlegende Veränderungen. Bleib offen für neue Möglichkeiten und sei bereit, Chancen zu ergreifen, wenn sie sich ergeben. Solche Erfahrungen können nicht nur Freude und Erfüllung bringen, sondern auch ein neues Gefühl von Selbstvertrauen und Zuversicht in deine Fähigkeiten. Denke daran, dass die transformativsten Veränderungen im Leben oft dort stattfinden, wo man sie am wenigsten erwartet. Die aktuelle astrologische Phase, die durch den Aspekt der Skorpionsonne zu Pluto im Steinbock gekennzeichnet ist, stärkt dein Herz und deine Wünsche. Dies ist eine günstige Zeit, um dich persönlich weiterzuentwickeln und deine Ziele zu erreichen. Wenn du dich aus deiner Komfortzone herauswachst, kann das zu einer bedeutenden persönlichen Entwicklung führen und dein Engagement für Selbstverbesserung und Exzellenz unter Beweis stellen. Diese himmlische Konstellation ermutigt dich, deine innere Stärke und Willenskraft zu nutzen und erinnert dich daran, dass Großes oft jenseits des Vertrauten liegt. Vertraue auf deine Fähigkeiten und lass diese Zeit ein Zeugnis für deine Widerstandsfähigkeit und deine Fähigkeit sein, Großes zu leisten. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte deutet auf ein vorübergehendes Ungleichgewicht oder Ungerechtigkeit in deinem Leben hin. Sie kann darauf hinweisen, dass du es mit einer Situation zu tun hast, in der es an Fairness und Ausgewogenheit zu fehlen scheint. Für heute rät dir die Karte, auf mögliche Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinen Entscheidungen oder Handlungen zu achten. Es ist wichtig, dass du dich um Fairness und Ausgewogenheit bemühst, auch wenn das bedeutet, dass du frühere Entscheidungen überdenkst. Die Königin der Stäbe verkörpert Selbstvertrauen, Führungsstärke und einen starken Sinn für Entschlossenheit. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft, Kreativität und ihre Fähigkeit, die Führung zu übernehmen. Heute ermutigt dich die Königin der Stäbe dazu, Situationen mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit anzugehen. Sei mutig in deinen Unternehmungen, vertraue deinen Instinkten und übernimm die Führung, wenn es nötig ist. Die Zehn der Münzen ist eine Karte der finanziellen Sicherheit, der Familie und des Reichtums, der über Generationen weitergegeben wird. Sie steht oft für ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses in unserem materiellen Leben. Für heute bedeutet die Zehn der Münzen, dass du finanzielle Sicherheit erfährst oder Trost in Familienbanden und Traditionen findest. Es ist eine Zeit, in der du den Reichtum, den du hast, zu schätzen weißt, sei es in Form von materiellen Besitztümern oder familiären Verbindungen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem es um Ungleichgewichte, Vertrauen und Reichtum geht. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte macht dich auf Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte aufmerksam, die vielleicht korrigiert werden müssen. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, diese Themen mit Zuversicht und Entschlossenheit anzugehen, während die Zehn der Münzen ein Element der finanziellen und familiären Sicherheit hinzufügt. Denke heute über alle Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinem Leben nach und arbeite daran, ein Gleichgewicht zu finden. Gehe Herausforderungen mit der Zuversicht und Entschlossenheit der Königin der Stäbe an. Denke daran, den Reichtum zu schätzen, den du hast, sei es finanziell oder in Form von familiären Bindungen, und pflege weiterhin die Verbindungen, die dir ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses geben.